was für ein wahnsinns wetter herrlich das muss ich doch gleich mal ausnutzen wenn die sonne so schön scheint das schöne ist ich habe hier so einen kleinen sprung gefunden da werde ich mich gleich mal ein bisschen daran auslassen das ist zwar jetzt kein wahnsinns großer sprung noch nicht mal knie hoch aber die landung ist gut die anfahrt ist sehr gut leichtes gefälle auch also nicht ganz viel pedalieren und müsste eigentlich ganz easy sein wenn ja schon andere sprung gesprungen aber ich muss immer noch so ein bisschen an meiner pedal technik arbeiten weil da hüpfe ich dann das ein oder andere mal von den pedalen ich habe ja schließlich keine klickpedalen sondern nur die flat panels weil ich sehr 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 damit zufrieden bin und bei normalen springen funktioniert das auch alles aber irgendwie ist es eine kopfsache und wenn das ding dann also die hürde ein bisschen höher ist und vielleicht links und rechts bäume im visier sind dann macht mein kopf zu traue ich mich das irgendwie nicht zu springen oder bin etwas verhalten naja und dann schleichen sich diese komischen fehler ein diese komischen fahrfehler wenn ich dann von der pedale hüpfen würde wäre das gar nicht so gesund naja gut ich probiere es einfach mal ausnehmen also ich tobe mich hier mal aus sagen wir es mal so ausprobieren tue ich ja sowieso immer ganz gerne alles und naja schauen wir mal die grülle aufsetzen ist ganz schlecht dass man die gläser nachher den auf hat für den einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen zu match aussehen mit hellem fullfesschen aber ich habe einfach das gefühl meine knoppen sind nicht mehr die jüngsten da muss man vorsorge treffen jetzt wollen wir das ganze doch mal in einer anderen perspektive aufnehmen ich müsste mehr von diesen dingern hier haben jetzt noch die andere perspektive ich muss mich nicht mehr auch ich bin das ich bin das Einfach den Turbo an, den Berg wieder hoch und dann kann man schwuppdiwupp gleich nochmal fahren. Das Schöne ist, ich brauche ja nicht mal viel Schwung. Laufen lassen, tief, hoch, springen. Und schon war es das. So, Mann, ich kann mich irgendwie nicht trennen heute hier von dem Ding. Auf dem Pedain bleibe ich jetzt schon mal. Da möchte ich jetzt einspielen. So. 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 so impulsiv nehmen. Oben der Sprung, der ist toll, der ist cool, aber unten fliege ich einfach zu weit. Ah, der war besser. So, reicht für heute. So, reicht für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020